Hallo und Willkommen bei einem Gang von League of Legends. Ich spiele mit Totenwächtern, dem Noob zusammen. Warum musst du das eigentlich immer wieder sagen? Ich würde es gerne machen. Er spielt Wukong und ihr seht noch aus seiner Spielperspektive. Ich spiele Olaf. Wir spielen mit Twitch, Anni, Poppy gegen Sinn, Lux, Morgana. Wieso kommt er immer Morgana? Amumu und Warwick. Bei... was? Amumu geht jangeln. Amumu geht jangeln? Amumu geht jangeln? Das geht? Kannst du mir Amumu jangeln? Wollen wir den jangeln abfangen? Abfangen? Ich gehe hier abfangen. Ich bin immer der jangeln Abfanger. Hdf du Huzo. 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versorgung. Warte mal, der Blubuff spawnt kurz vor 2 Minuten. Das heißt, ich muss kurz nach 2 Minuten da hingehen. Ich mach mich schon mal auf Position. Ich helf die nicht. Kannst du vergessen. Das brauchst du ja nicht. Ich hab gesagt, du solltest mir nicht helfen. Aber was machst du, wenn einer Pullen kommt? Ja, ich geh erst hin, wenn der Blubuff tot ist oder kurz vorm Tod ist. Weil danach macht er nämlich die Wölfe. Mein Vater war kein Säufer. Wie bei Sonnen sind erschienen. Warte, Harry Potter. Darf ich das aber mitsprechen, oder? Nee. Also Lux geht schon mal nicht Pullen. Nicht ausschließlich an der Mutter. Minions have spawned. So, wann kommt der Blubuff? Da warten wir 10 Sekunden. Halt den Mund. Bleib da! Mal sehen, was ich immer mache. Immer irgendwelche Filme hinter den Mund hören. So, das ist da. Dann warten wir 10 Sekunden. Bleib da! So, mal sehen wir. Steine es auf die Probe. Nein! Ich Noob! Fuck. Na geil. Nee, du brauchst gar nicht hingehen. Das war Warwick. Warwick hat den gezockt und hat... Äh, gezockt. Gepullt und getankt. Und ich hätte nur die Axt treffen müssen, dann wäre er gestorben. Darauf habe ich gewartet. Naja, nun hole ich mir noch einen Jungle. Da kann ich schon ans Betten. Ey, sag doch mal irgendwas. Ich bin gerade immer am Überlegen. Na, du konzentrierst dich auf die Minions, ne? Nee, auf Warwick. Ich war gerade am Überlegen, ob ich den mir am Tower hole. Aber jetzt besser anders. Nee, dann bevor es leben. Hä, wie jetzt? Warum kauft sich Warwick Jungler Equip, wenn Amumu Jungeln geht? Wir haben sie irgendetwas vertauscht. Vielleicht wollen sie beide Jungeln gehen. Warwick hat vergessen, Zerschmetter mitzunehmen. So, friss mal eine Axt. Friss mal deine Axt, das ist ein Wunder. Immer ich. Jetzt du. Immer noch. Nur mal können. Ich hole eine Axt wieder. Und ich will sie nochmal werfen kann. Hol sie wieder nochmal wieder. Naja. Ich habe einen Bumswall mit mich. Aber woher komm her, man? Ich höre gerade im höchsten Video nicht mehr. Und boah. Ich hoffe, dass sie haben auch für eine Axt. Doch, jetzt elf wieder. 20 vor 10, Alter. Wir haben auch nichts Besseres zu tun, als einen halben Tag Loll zu zocken. Haben wir ja nicht mehr. Wir haben einen Lollgang. Das ist das dritte Lollgang, was wir heute machen. Oh, das ist nicht viel. Du vielleicht. Ja, okay. Okay, das würde ich nicht machen sollen. Alter, wir können den sowieso nicht, weil er nur an Tower steht. Oh nein, wir fehlen schon wieder. Ich habe die Schul-PCs geknackt. Ich konnte heute League of Legends downloaden. In welchen Sinne das gemacht? Wenn ich Informatik habe, ab an meinen PC, wo ich League of Legends drauf habe, und LOL zocken wir in der Zeit. Kommt kein Lehrer mal vorbei und guckt. Doch, aber interessiert mich den feuchten Dreck. Was machst du da? Ja, ich zock gerade. Der sagt, mach da jetzt aus. Mach ich halt kurz. Minimilisch halt kurz. Alter, lass mal auf und zu pushen, sonst hat das halt wirklich keinen Sinn. Wenn wir pushen, wow, kommt sowieso nicht, also. Alter, Twitch, hast du mal vor zu leveln, oder was? Das ist an der Spitze. Das Ding ruhig mal pushen. Der kann pushen. Thomas, als würdest du auf K. Sein. Er traut sich aber nicht anzugreifen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Zwinker, zwinker. Du sollst denken, dass ich weg bin. Oh, der hat Ulti, ne? Der wird... Oh, so einverfickter Lackern, nur. Hätte ja kein Flash, wäre er tot gewesen. Oh, da ist Amrum. Ich versuche dich zu retten. Alter, ich kann nichts machen. Ich treffe nicht. Nein! Womit? Ja, das hat mich auch gefragt. Ich kann voll nichts machen. Ich mache voll kein Damage. Kann man alsnig, wenn man kein Mana hat. Oh, cool, wir fielen. Also, das Game-Man, wir verlieren. Ich glaube, wir sind heute nicht bestimmt für Aufnahmen. Wir verlieren ja immer. Vielleicht gewinnen wir es anders. Ich kann da am Anfang so aussehen. Kaum läuft die Aufnahme, läuft die nur noch Kacke. Ja. Vor allem das Game haben wir gewonnen, ne? Ein Gegner verfällt in Blutang. Scheiß-Niederländler. Wer ist Niederländer? Ja, alle aus dem Team. Du erkennst niederländisch? Bisschen. Ich sah nicht sprechen, aber ein bisschen verstehen. So. Poppy stirbt. War auch nicht. Wer stellt meinen Können? Du weißt schon, wem. Von Adolf Fitt. Ah, ne, von Voldemort. So weißt du. Ja, ja. Ja, ja. Von Adolf Fitt. Oh, ne, sie kommen genau auf und zu. Slow-Mo. Äh, was macht er da? Grüße. Ich war nur gerade mit meinen Multiskillen beschäftigt. Gut, hier haben wir einen Kill haben wir. Und jetzt Tower-Platten. Okay, irgendwie bei der ist nichts. Wir kloppen hier wirklich den Tower komplett down. Alter, du musst dir angeben, mehr zu sagen. Ja, scheiß. Aber ich bin jetzt so der gesprächige Typ. Nö. Also wenn ich der gesprächige Typ wär's, würde ich nicht mit dir skypen, weil dann würden wir uns ja nur anschweigen. Das mag ich nach Amumu gucken gehen im Jungle. Okay. Wenn ein Blubaf da ist, krieg ich den. Ja. Ich hab nicht gesagt, du warfohlen. Ich hab gesagt, du hast doch mal Amumu-Stern. Okay, dann. Beim Jungle. Hier ist er nicht. Da müsste er irgendwo da unten sein. Hier irgendwo. Das war in der Mitte gank. Okay. Nicht da längs. Ein Verbündeter wurde getötet. Wer ist jetzt da längs gegangen, hätten wir die abgefangen. Vollidiot. Die hat sich weggeblitzert, also das hätten wir so gar nicht geschehen. Äh, du wirst immer gerade gefickt. Also hier stehen die Minions noch und da ist Amumu. Hilfe. Hilfe. Nein, und ich treff den Fotzenlacker vielleicht nicht. Ja, du verweckst. Nein, egal, nur der Tau. Ich werde hier gärt mich gleich irgendjemand. Äh, wir klatschen jetzt vorzukaufen. Äh, ich holen wir jetzt erstmal die Greenland. Grüne Laterne. Nein, ist nicht grün. Wo ist der und das Ding? Irgendwie kann ich mit der Axt nicht mehr umgehen. Ich hätte nur treffen müssen, dann wäre er tot gewesen. Sinn kommt. Twitch, mach dir unsicher, hau ab. Hast du gerade auf Twitch geguckt? Ja. Hast du gesehen, wie Noob der ist? Ja. Manchmal sag ich aber, da ich wegfühlen, ich stehe ihm blöd und schießen. Erst mal zweimal drauf, vielleicht töten wir ihn da ja mit. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, ich mach alles solo-kalt. Komm her, Sam, los, komm. Ja, Mann, ich töte dich. Ja, genau so. Ach, dass es mir mal ist, ne? Ne, wieso denn? Genauso muss es aussehen mit der Axt. Mann, sag mal, leider nicht auf Twitch. Ne, heute, heute noch nicht. Sonst kann ich das einfach machen. Ne, lohnt sich nicht, er zu helfen. Ne, genau, deft mal um den Tau, den Noobs. Ne, ich kann wirklich, er an Tau treffen. Ne, jetzt haben wir nicht mehr. Ah, ich sei für dich gestunt, ja. Ne, geslowt. Ich hab's gesehen, also langsam geht's. Ja, war aber ein 1A-Steel. Ich weiß. Steht da, Leute. Er ist dauerhaft am Steelen, der Monde. Ich mich gar nicht. Das ist lasst schon nicht wie an den Tau rein. Jetzt könntest du den Tau rein, lasst schon. Dann lieber sein Tank.